Musik Endlich ist es soweit. Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis werden heiraten. Nur zwei Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Sophia machte der 43-Jährige seiner Katze den lang herbeigesehnten Antrag. Und der scheint ganz schön romantisch gewesen zu sein, denn Lukas hat sich für seine Dame so einiges einfallen lassen. Er schickte sie auf einen Trip und da musste die Blondine erst mal ganz viele Sachen machen, vor denen sie eigentlich Angst hatte. Bis dann endlich die Frage aller Fragen kam. Und sogar einen Termin, an dem die Glocken läuten sollen, gibt es wohl schon. Der 6.06.2016 um 16.16 Uhr. Na, ob das bloß Danielas romantischer Wunschtraum ist oder der tatsächliche Hochzeitstermin, bleibt abzuwarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017